diese nach der bahn genau das wollte ich jetzt mal wienen bahn minen bahn ist sehr schön in achterbahn ist auch sehr schön da machen wir nämlich da beide bahnen und jetzt muss ich mal sehen wie das so mit dem platz wird da geht er nämlich doch schneller weg als ich mir das gedacht habe ich mache noch mal ein bisschen anpassung dass das so dass das hier alles passt so und hier noch mal dann brauchen wir da noch mal den entsprechenden hintergrund hatte ich ja gesagt also zum beispiel sand und felsen und jetzt minenachter bahn so wie man das dann machen wir werden also hier startbereich der minenachter bahn die stadt dann irgendwie so weg und muss dann da nach oben gehen also achterbahn ist das ja so dass er nach oben geht das heißt wir können dass die ganzen bereiche dann nachher mit minenachter bahn voll knallen das heißt wir können durch den eingangsbereich auch dahinten machen die vorne können wir die richtige minenbahn setzen und wir brauchen noch unterirdisch ein bisschen was nämlich die bahn so wie spät ist es jetzt schon fast eine stunde wieder geschafft wird man sagen ich baue noch mal hier die hauptbahnhof der ist so gut getarnt gell hier unten ist er so gucken wir mal in den untergrund ein bisschen der transparanz man sieht ja trotzdem fast nichts hier so was ist das für eine bahn da die gelb okay wunderbar so dann haben wir hier ja da sieht man deshalb nichts weil diese zusatzkachel natürlich doch unheimlich das alles gut noch abdecken so was haben wir hier bei straßenmann drei und zwei das war alles linie gelb dann diese drei strecken okay das ist wunderbar dann werden wir mal hier diese straßen bahn linie welche ist das jetzt eben mal die linie 2 und gehen mal in den baum los und dann gucken wir mal wo wir da anfangen können die kümmer anfangen gut okay dann machen wir das mal so linie 2 werden wir jetzt mal hier verlängern in richtung hier hin und werden dann hier noch im unterirdischen anhof hinsetzen alles klar wo sind wir denn das war so kurve ist die drei die drei ist ihnen müssen also außen bis hin vorsichtiger bauen hoch genug ist das da oben da brauchen wir uns also nicht darum zu kümmern dass wir da eventuell zu dicht an der oberfläche sind wie das ja schon mal ab und zu passiert so jetzt machen wir dann wieder eine station da haben glaube ich immer zehn so wie hoch ist das jetzt überhaupt da gucken das ist minus sieben meter wie hoch sind wir hier oben oben sind wir also deutlich höher das heißt wir brauchen noch richtig massive treppen da nach oben okay das machen wir ja auch das ist kein problem jetzt 12345678 9 10 und weiter geht es dauert natürlich noch ein bisschen bis wir diese linie mal öffnen denn die geht ja noch ein bisschen weiter bis wohin können sie auch noch mal hier einbauen hier irgendwo dann zum so der geister siedlung oder was wir dahin bauen wollen die wird also großteils unterirdisch verlaufen ja damit wollen wir jetzt mal die halte position an ausgang wenn wir hier so das ist jetzt alles relativ kompliziert hier weil das was soweit unten ist aber da ungefähr ist das ja ich merke mir dass sie oben an der stelle mal so und dann haben wir noch einen eingang genau weil der jetzt wieder information eingangs bereich den sitzen wir mal das sind ab davon so müssen jetzt sehr sehr weit unten das heißt wir müssen hier irgendwo einen abgang dann einbauen damit wir auch wirklich dann unten ankommen wo wir hin möchten dazu werde ich erstmal das hier ausschalten und wir bauen erstmal die oberirdischen teile des bahnhofs und zwar also das wird bestbahnhof hier da machen wir zunächst mal es gibt da auch so häuser moment häuser erstmal wollen wir das mal speichern zwischendurch ist immer ganz gut speichern sicher ist sicher wir haben schon relativ viel gebaut ich möchte nicht dass das alles kaputt geht so dann haben wir hier unsere was hatte ich gesagt häuser wollte ich haben szenerie häuser da gibt es also kohlminen färschwände et cetera westernstadt wände da ist alles sehr schön m&p kohlminen was gibt es denn da schönes mußböden dächer ja kann man alles mal gut hat aber sehr detailliert alles gemacht okay das sind nur die dächer hier und guck mal nach den wänden konkret wenn der gebrochene also konkret ist ja beton aber dann nehmen wir lieber dann irgendwas mit holz oder so das ist jetzt sehr kompliziert verschwände für die pferde die wir nicht haben und dann hier nochmal die wände die ich immer gern genommen habe westernstadt wände und dann machen wir das mal im westernstadt stil das ding mit so einem dach vielleicht so wie sieht das hier inzwischen aus das läuft ja schon gucken wir mal je nachdem oh der ist aber sehr übel hier dann ist egal einschalten und wie ist das hier das ding ist gar nicht so übel so